Musik Und ich glaube man wird nur in der Form einen Weg aus der Krise finden, in dem man auf den Verhandlungstisch zurückkehrt. Und solange man das nicht tut mit dieser grausame Krieg, mit zigtausenden Menschenopfern weitergehen. Und das wollen wir nicht. Und ich glaube gerade wir Österreicher als legales Land wollen, dass unsere Politiker zumindest hier diese unsere Legalität wieder bewirken. Mehr Menschen werden warnen davor, dass wenn die Entwicklung so weitergeht wie nächstes Jahr, sind Menschen auf der Straße. Die besten Tage meines Lebens hatte ich unter anderem. Den Hass, führe uns verlasst. Was den Hass, führe uns verlasst. Amin. Nein. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020